hallo und herzlich willkommen zu news und neues unserem news format mit neues über dem kanal ja wie geht's so ich hab noch nie so eine gute antwort gehört ja ein bisschen motivation wir sind ja auch in der zeit zwischen den jahren was an sich keinen sinn ergibt aber jeder so sagt irgendwie keine ahnung zeit zwischen den jahren nie gehört es gibt leute die nennen die zeit zwischen weihnachten sie besser die zeit zwischen den jahren zwischen den jahren eigentlich sehr kurz ist im sinne von das ein jahr endet das andere beginnt sofort es ist ein moment ja ja wir haben euch was zu erzählen sonst würden wir das video nicht machen ja sowas von wir haben in den letzten folgen eigentlich in jeder folge irgendwie mal angeteasert dass es nur irgendwie neuigkeiten gibt so news und neues dann ende des jahres die erste frage welche folgen ja es ist eine natürlich eine verkettung unglückliche ereignisse es war halt irgendwie irgendwie ist man halt zu nichts gekommen also klar man hat natürlich trotzdem die freizeit sozusagen zum zocken benutzt oder so ja aber dann ist man halt irgendwie auch nicht dazu dazu gekommen halt irgendwie youtube zu machen aber einfach keine lust hatte aber keine zeit war man hat sich ja trotzdem irgendwie runter kommen wollte ich wir müssen wir müssen das hier nicht freizeit und freizeit die man parallel hat weil wir hatten schon freizeit aber häufig nicht parallel zueinander das auch ja und da wir halt keine projekte haben wo jetzt einer alleine aufnimmt ist ja auch schwierig produziert hatten oder sowas genau in welcher zeit hätten wir den vor produzieren sollen richtig deswegen ist die letzten wochen viel ausgefallen angefangen als ich krank war ja dann war ich krank genau da warst du krank da konnte man nichts aufnehmen danach haben einfach das war ein einziges du wir müssen noch die folge aufnehmen wandeln finden keine gemeinsame zeit dann hatten wir die eine bau simulatte folge aufgenommen da hatten wir gemeinsam zeit für gefunden ja die 13 folge am 13 12 haben wir die aufgenommen und da ist natürlich die audiospur da ist mir dann mittwoch 14 uhr also ihr merkt schon wieder viel zu knapp aufgefallen shit mein halber ist gar gar nicht das ist jetzt 30 minuten monolog deswegen in der nächsten bausimulator folge die rauskommt da werden wir da da bisschen was reinsteigen zum beispiel auch von aber da hatten wir probiert ein video hochzuladen und hat alles nicht so ganz geklappt wie wir es haben wollen ansonsten was haben wir noch so für punkte erst mal wir bleiben bei wenig zeit ja wir hatten ja schon im letzten news und neues gesagt dass wir auf zwei videos reduzieren und ihr seht wir haben sie letzten woche nicht mal geschafft diese zwei videos konsequent durchzuziehen deswegen wird also könnt ihr euch darauf festlegen dass die zwei videos das neue go to auf diesem kanal sein wird und dass man sich von den drei videos verabschieden kann es sind drei projekte die wahre zeit würde ich sagen zumindest wir haben gerade noch die letzte folge notruf aufgenommen also es sind das ist jetzt wird das sind zwei sendeplätze nur eine woche dafür kam er notruf und zu sie nur zwei wöchentlich was ab nächsten jahr dann nicht mehr so ist da wird dann zu sie wöchentlich kommen aber dazu kommen am ende noch mal wird auch mal über den upload plan reden ich frage mich gerade irgendwie was das hier für notrufeinsatz ist egal ist es nicht das thema da bist du noch notruf drin ich bin nicht in notruf drin aber hier läuft kein notruf ach so wie stapel 1 falls ihr fragt warum ich ihn frage warum wir noch ein notruf ist wir hatten mich gerade eben noch eine folge notruf aufgenommen wie ich gerade gesagt hat man etwas kalt er hört man nämlich nie zu ich kann auch nicht kann wieder ein gedächtnis prallen kommen wir zum nächsten punkt des livestreams sind halt auch so eine sache es ist halt so wie breitag 17 uhr wir haben halt ja man könnte jetzt natürlich sagen ladet doch ein gut gepasst immer ladet einfach die videos immer hoch wenn ihr wollt das könnten wir auch machen aber dann fehlt halt so diese struktur die wir eigentlich haben wollten und das ist halt auch ein bisschen doof warum leuchtet legal ist es für euch auch besser weil wenn ich weiß jetzt nicht es gibt ja leute auf unserem kanal die verfolgen einzelne projekte eben und für euch ist natürlich auch immer praktisch zu wissen okay heute ist mittwoch heute kommt eine neue folge vom bausimulator und nicht mit irgendwann demnächst könnte ja eine neue folge vom bausimulator kommen deswegen das ist einfach immer besser so also zum beispiel ich kenne das von mir jetzt mit seven was es war zum beispiel bin ich auch so es ist mittwoch heute 18 uhr neue folge geil so zum beispiel ja deswegen dass man jetzt ein bisschen vor einfach auch als zuschauer immer guten rückhalt oder auch bei anderen youtube zum beispiel eine meinungsblogger in saschka zum beispiel bei der weiß ich immer sonntag 18 uhr kommt neues video deswegen gut kommen wir von der wahlung weg von an zu anderen youtube projekten wir werden gucken dass wir mehr vor produzieren dass wir ja noch immer kurz vor kurz vor knapp das noch irgendwie machen wollen weil das funktioniert halt nicht die praxis war ja sonst immer dass wir so zwei tage vorher aufgenommen haben einen tag vor geschnitten haben dann kam das video raus genau aber das klappt halt einfach mittlerweile nicht mehr gut da müssen deswegen das wird so schnell nicht vor produziert sein und dann werden wir auch nicht auf eure kommentare die ihr schreibt immer in der nächsten folge vielleicht schon direkt eingehen können sondern erst in zwei oder drei folgen je nachdem wie viel vor produziert haben wir werden wenn ich vor produzieren das sage ich jetzt schon ja gut aber wir werden auf jeden fall jetzt fünf sechs folgen vor produzieren oder ich frage es mal bei galeroy der irgendwie mal 60 folgen von irgendwas vor produziert hatte oder so egal du redest zu viel über andere youtube finde ich ja schlimm schlimm nächster punkt es gibt ein paar neue sachen machen wir uns ein bisschen mehr arbeit natürlich noch bei den videos leicht hat einer schon bemerkt uns verbessern vielleicht hat einer schon bemerkt unten in den einstellungen und bei rücken rechts in dem video schaut bei einer kann man ja die auflösung einstellen wenn man jetzt irgendwie so und was weiß ich werde da plötzlich 340 360 p oder so steht das wird dass man das dann wieder auf hd hochstellt weil youtube gerade irgendwie keinen bock hat da kann man jetzt tatsächlich 1440 p einstellen ich bin mir da 2k 2k ich bin mir nicht ganz sicher weil bei mir wird das zum beispiel nicht angezeigt bei Pascal wird das ganz normal angezeigt aber bei mir so ich kann die videos ich kann sowieso 1440 p schauen tobi bei dem klappt das irgendwie nicht bei ihm steht immer noch nur 1080p als maximum genau das ist aber eigentlich an videos seit mitte november müssten das mittlerweile unterstützen ja aber ja ihr könnt ja meine kommentare schreiben aufs bräuch funktioniert ansonsten noch ein paar andere sachen einher mit den 1440 p weil alles was wir sonst herum haben unsere videos intro outro einblenden und so ist die sind alle für 1080p und deswegen tobi kannst du entweder mich ausreden wir sollten vorher festlegen wer welchen teil spricht haben wir ein neues intro gemacht mit größtenteils neuen clips und natürlich auch passenden clips mehr weil da war ja noch zeug drauf was ganz alt ist okay der eine ls der eine ls clip ja gut haben wir gerade nicht aber das ist halt dann trotzdem schon ein ziemlich großer teil von unserem projekt wie heißt das nostalgie clips drin gelassen genau eingetan so ist ein projekt schon aus dass das geblieben als clip projekte bibliothek oder wie wir ja was halt so auf dem kanal noch haben an mengen weil wir haben echt viele ls 19 clips das ist jetzt beinahe ist alles 22 aber das gleiche ansonsten haben wir noch ein neues banner gemacht mit neuen bildern in bilder und wo es auch trotzdem noch zwei videos die woche gibt und auch der live stream nicht mehr erwähnt wird ziemlich oft gefallen worden auf unserer band steht auch noch was von montag ein video also und wir haben auch autos gibt es auch neue ja schon seit mit mittel november weil wir jetzt nach und nach bei den projekten einfach auch neue autos machen gut das ist jetzt das glaube ich nicht so auffällig dass da jetzt neue sind aber einfach dass die auch für 1440 p ausgelegt sind kunst der einzige grund frau mit die neu gemacht haben und so ein bisschen behind the scenes wir wollen uns auch mal mehr mühe mit den partners geben weil die halt echt zum teil nicht ganz entspannt aussehen und ich meine das ist halt dann schloch dann verpasst man halt auch irgendeinen guckt man sich auch ein video nicht an weil das kann der kacke ist das ist auch ein bist also wenn man sich ein bisschen mit youtube auskennt dann merkt man sehr schnell dass die sand nails eine sehr sehr große bedeutung haben und diese bedeutung haben wir jetzt einfach nicht so krass geschenkt wir haben zwar immer wieder versucht mal fotos zu machen hier und da und es wurde auch besser aber es wird trotzdem aber teilweise dass wir dann so waren so was machen wir jetzt aber wir werden jetzt einfach focus darauf legen dass wir in den folgen und mehr überlegen wie könnte man jetzt eine gute sammeln machen genau das gut aussehen und so gerade bei baus und zum beispiel haben wir noch für die folge 13 haben wir extra noch mal posiert und dazwischendrin bzw zwischendrin haben wir extra noch mal posiert dass das halt gut aussieht und auch mehrere möglichkeiten halt gemacht und uns danach als der fels ist festgelegt ja so noch zehn minuten war vorausgeschnitten aus der folge naja noch nicht ausgeschnitten wäre aber es war ganz guter teslau ansonsten nächste überschrift upload plan und projekte steht hier auf dem zettel ja auf dem digitalen zettel erzähl du mal was der upload leider so tatsächlich bleibt der recht beständig mittwoch bausimulator und samstag zu sie drei ich weiß nicht inwiefern das jetzt bei euch irgendwie durchgeklungen ist oder ob das einfach nur was jetzt so bei uns intern ist was gar nicht nach außen trinkt aber es hat sich jetzt bei uns so hin entwickelt dass wir einen upload platz haben in der woche der unter der regie von tobi läuft also dann nimmt tobi auf und schneidet das ganze dann auch und andersrum ist beim samstags platz dann nehme ich auf und schneide ich gut jetzt hatten wir noch notruf da drin wo tobi doch natürlich geschnitten habe und es auch samstag raus kam sofort aber ja dass wir es so machen dass jeder seinen upload platz hat um den er sich selber ich habe so ein bisschen kümmert und sich dann selber auch projekt überlegt ist samstags wenn einfach dann die spiele kommen auf die vor allem ich bock habe zu spielen mit woch werden so andere spiele kommen auf die tobi bocker zu spielen und entweder wird auch einen platz mal getauscht gegen den multiplayer game das kann natürlich auch sein und wenn es doch mal irgendeinen dritten platz wieder geben sollte dann wird das wahrscheinlich etwas sein für irgendein projekt auf das wir was wir multiplayer spielen worauf wir beide bock haben zum beispiel eins der offenen neben projekte zum beispiel genau aber zwischen baus ist jetzt auch was wir beide bock haben und was wir beide spielen wurde einfach tobi aufnimmt deswegen es geht einfach es geht nicht ums projekt es geht um den platz wo jetzt wer schneidet auf dem platz jeder kümmert sich um seinen upload platz weil das muss ich auch einfach eingestehen jetzt haben wir den ganzen tag immer was zu tun in der schule wir sehen uns an der zeit aber wie gesagt das ist absehbare zeit auch wird das auch weniger der fall sein und da ist es einfach sinnvoller wenn sich jeder auf einem platz uns beide irgendwie darum die beiden plätze irgendwie gemeinsam kümmern wir natürlich noch weiterhin alles zusammen irgendwie machen aber es ist einfach besser wenn man sich da so ein bisschen ja ihr versteht was ich meine hoffentlich ach genau und was noch eingehakt wird also samstags komplett zu sie wöchentlich denn bis auf nächsten samstag da kommt erst mal noch die letzte folge von notruf zwei weil wir gerade aufgenommen haben und zukünftige projekte stehen sie auf der liste nur sachen die ich mir überlegt hatte für meinen sendeplatz ich weiß nicht ob du noch aus dem stehkräften zu reden möchtest ja wegen zukünftige projekte erst einmal bei mir für den samstagsplatz das hatte ich glaube auch schon letzten also das eine habe ich schon den letzten mehreren seit anfang an gesagt das ist was ich besitze das spiel mittlerweile sogar auch weil ich dachte mir so das steigt dass das spiel kommt jetzt in die zweite early access phase wieso ist es jetzt schon und in der zweiten early access phase wird der preis teurer also kommt natürlich jetzt noch der erste early access phase um zu sparen ist ja klar deswegen habe ich das jetzt auch und aktuell ist es ja so man kann dem spiel jetzt schon skins modden für die busse und und zukünftig wird es dann auch sein dass es bus modding und map modding tools gibt und wenn die rauskommen dann wird das wahrscheinlich ist zumindest meine annahme so wie ein omsi ablaufen dass dann plötzlich nach und nach maps erscheinen und dann beginnt einfach die perfekte zeit um das spiel einmal zu spielen und auch sich berliner einmal anzuschauen mit den ganzen bussen wenn die dann auch schon da sind und das zweite was ich auch schon angeteert hatte war subway sim das hatte man ja auf der next sim hatte man das spiel ja gesehen und vorgestellt bekommen und ja wenn das raus ist werde ich da bestimmt auch mal rein spielen und muss man einfach mal schauen wie umfangreich das spiel dann sein wird was dann daraus für ein projekt wird weil es ist zwar nur eine u-bahnlinie aber es soll sehr viel inhalt haben und was ja auch nicht auf der liste steht aber was auch noch kommen wird ist tramsim wo sie alle fragen hä du hast ja schon mal tramsim wien und münchen gespielt ja aber es gibt ja für tramsim wien noch dlcs und ich denke mal da werde ich mir auch die ein oder anderen schnappen und dann wird es vielleicht auch noch mal den paar folgen geben entweder mache ich das als zweite staffel oder hängen den einfach an die aktuelle staffel noch mit dran weil eigentlich ist ja dieselbe map gehört noch mit zu wien dazu muss ich mir nur überlegen aber ich denke mal da werden auch noch mal so vier von folgen entstehen ja ich guck mal weil ich habe jetzt irgendwie letztens mal wieder so überlegt ja ich könnte mal ich kann mal wie das das ist machen ich hätte mal wieder bock auf emergency und klar es gibt halt immer noch so ein paar projekte die heute im hintergrund laufen die auch mal wieder gerne machen wird und so ein paar die man machen könnte aber auch sehr viele pausierte projekte ja zum beispiel auch aktuell genau aber wieder rein nehmen und starten wir auch in den letzten wochen monaten immer wieder mal drüber geredet wird immer wieder mal ideen hattest für projekte aber an der umsetzung hat ja weil irgendwas nicht hingehauen hat oder so oder einfach keine lust gehabt aber gut ich wünsche euch noch schöne ferien oder entspannte arbeitstage in der zwischenjahreszeit oder wie hast du es vorhin genannt eine schöne zeit einfach schöne letzte tage des jahres noch ja genau bis dann plötzlich der jahres counter eins hoch geht in ein paar tagen der jahres counter mecklen die nicht na gut tschüss tschüss ähn Untertitelung des ZDF, 2020